Als neuer Nachfolger, 80 Millionen Torhüter wohl auf Bayern-Liste. Da Manuel Neuer nicht ewig für den FC Bayern spielen wird, hat die Suche nach einem neuen Torwart längst begonnen. München-Mailand, Manuel Neuer hat im vergangenen November seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2025 verlängert. Eine davon wird wahrscheinlich sehr teuer sein. Münchens Nummer 1 wird bei Ende des Arbeitsverhältnisses 39 Jahre alt sein. Es bleibt abzuwarten, wie konkret die Auswirkungen eines möglichen Karriereindes von Neuer sein werden. Mike Meignan dürfte ein heißes Thema beim FC Bayern sein. In diesem Zusammenhang gilt auch, dass der neue Sportdirektor Max Hebert und seine Kollegen durchaus mehrere Alternativen im Auge haben, die über kurz oder lang in Neuers große Fußstapfen treten könnten. Einer von ihnen ist offensichtlich Mike Meignan. Das behauptet zumindest der Journalist Gianluca Di Mazzio in einem Interview mit dem Portal Wettfreunde.net und erklärt, dass der AC Mailand im Sommer voraussichtlich einen weiteren Starspieler entlassen wird. Sie haben nur einen. Ihr Vertrag läuft noch ein Jahr. Es könnten Mike Meignan oder Theo Hernandez sein. Sie ihn nicht verlängern, müssen sie eine Lösung finden. Beispielsweise möchte Bayern München Mike Meignan verpflichten. Theo Hernandez ist angeblich ein Spieler, an dessen Verpflichtung PSG und Bayern München interessiert sind. Mailand hingegen schon fordert angeblich 80 Millionen Dollar für Mike Meignan. Meignan ist der zweite wichtige Milan-Spieler, der mit einem Wechsel an die Säbener Straße in Verbindung gebracht wird. Zuvor war es Theo Hernandez, der von der Gerüchteküche gejagt wurde. Der Franzose gilt als potenzieller Nachfolger des Bay Real Madrid heißbegehrten Alfonso Davies. Davies-Berater hat sich lediglich zum laufenden Transferpoker geäußert, doch Meignan, der bei Milan noch bis 2026 unter Vertrag steht, wäre für Interessenten ein sehr kostspieliger Schritt. Laut dem italienischen Portal Calcio Mercato.com verlangt Milan mindestens 80 Millionen Euro für den Torwart. Die Rossoneri verhandeln derzeit mit Meignans Management über eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Mike Meignan fordert von Milan ein zu hohes Gehalt, doch Milan hat noch große Pläne. Der Vollstreckungsbericht muss jedoch noch veröffentlicht werden und Meignans Gehaltsforderungen sollen für die Mailänder Mannschaft zu hoch sein. Hat der FC Bayern eine Chance? Neunationalspieler Sven Ulreich, 35 Jahre, wird jedenfalls nicht jünger und es wird derzeit ernsthaft geprüft. Ob Sommer-Neuzugang Daniel Peretz, 23 Jahre, die Struktur hat, für immer die Nummer 1 zu bleiben. Mike Meignan wurde kürzlich für seinen 100, das kann ich t. In seiner Jubiläumsrede klang es nie wie ein Abschied. Auftritt im roten Milan-Trikot gelobt. Denn man braucht Trophäen, um Geschichte zu schreiben. Milans Präsident Giorgio Fulani sagte außerdem, sie sind der beste Torwart der Welt und sie sind der einzige Torwart, der in den letzten drei Jahren in der Serie A eine Vorlage gegeben hat. Er lobte. Er lobte. Öh.